Schönen guten Abend und willkommen zum Vortrag von Professor Dr. Helmut Lehten, den ich besonders herzlich begrüße. Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass Sie Ihr neues Buch Der Schatten des Fotografen, Bilder und ihre Wirklichkeit hier bei uns im Fotomuseum Westlich präsentieren. Erschienen letzten Freitag im Rowold Verlag Berlin ist es in der Rubrik Sachbuch-Essayistik für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, wo es, wie ich gehört habe, gleich morgen weitergeht. Gratulation und viel Erfolg. Auch wenn ich den meisten von Ihnen damit nichts Neues sagen werde, darf ich den Autor kurz vorstellen. Helmut Lehten, geboren in München-Gladbach, lehrte von 1977 bis 1996 an der Universität Utrecht und übernahm anschließend den Lehrstuhl für neueste deutsche Literatur in Rostock. Seit 2007 leitet er das IFK, das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften hier in Wien. Aber nun zu unserer heutigen Reise, an deren Ende Sie eingeladen sind, Fragen zu stellen, zu diskutieren und sich das Buch auch gerne signieren zu lassen. Bitte schön. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich über diese wunderbare Aufmerksamkeit. Ich habe noch nie zwischen lauter Originalen gesprochen, also da muss ich mich dran gewöhnen. Ich bin auch besonders glücklich, dass der Rektor der Kunstuniversität Linz, Reinhard Kanonier, heute Abend bei uns. Denn es ist ganz wichtig zu wissen, wir werden ab dem 1. Januar 2015 ein Forschungszentrum der Kunstuniversität Linz sein, aber den Standort Wien behalten, aber den Standort Wien behalten. Meine Damen und Herren, umgegen von diesen herrlichen Originalen stellt sich die Frage, was geschieht eigentlich mit Originalen, wenn sie in die Zirkulation geraten? Ist Zirkulation nicht das Medium, in der Fotografien ihr eigentliches Potenzial erst entfalten? Als schwarz-weiße Rechtecke der Wirklichkeit entrissen, kommen sie in Medien, werden sie massenhaft verbreitet und finden da eigentlich erst ihr Recht. Also jeder Fotohistoriker weiß das, der Status des Originals in Fotografien ist ein sehr problematischer Status und manche denken, dass eine Reauratisierung quasi in dem Augenblick passiert, wo man eigentlich das Original hat. Aber trotzdem ist es elektrisierend, also diese großartigen Fotografien zum ersten Mal um mich zu haben. Mein Buch handelt ausschließlich um Fotografien als zirkulierende Reproduktionsware. In, wie Sie bald sehen werden, zum Teil sehr schlechter technischer Qualität. Das heißt, weit entfernt von der Urschwurungsqualität, die Sie hier besichtigen können. Inzwischen ist das Buch, das eigentlich ein stilles Buch sein sollte, aufgrund der Nominierung ziemlichen Wortgetöse umgeben. Es gibt schreckliches Wortgetöse, wie dieses in der literarischen Welt, wo plötzlich, wenn man sich fragt, diese verlorene Frau, quasi welchen Schatz im Silbersee nach Karl May sucht sie eigentlich? Das halte ich für eine Entgleisung, die mir vollkommen unbegreiflich ist, weil sie einfach nur als zynische Poetisierung eines Bildes gelten kann. Ich möchte hier, bevor ich das Buch kurz darstelle und dann auf die einzelnen Kapitel genauer eingehe, einige Leitmotive dieses Buches vorstellen. Diese Leitmotive habe ich übrigens erst entdeckt, nachdem das Buch fertig war. Erstens, Bilder sind Nomaden, die ihre Zelte in verschiedenen Medien aufstellen. Das ist ein Satz von dem großen Kunsthistoriker Hans Belting. Es ist ein rätselhafter Satz. Wo waren denn die Bilder, bevor sie ihre Zelte in Medien aufschlugen? Darum habe ich diesen Satz umgewandelt in den Satz, Bilder der Verlassenheit sind Nomaden, die ihre Zelte in verschiedenen Medien aufstellen. Dann weiß man, wo sie herkommen. Sie kommen von dem ewigen Kinderschreck, verlassen zu werden. Sie wissen, jede Kinderliteratur geht im Grunde immer wieder darüber, daheim sei, verlassen werden, zurückkommen. Das ist 90 Prozent der Kinderliteratur gehorcht, diesem Pendelschlag. Ein zweites Leitmotiv. Fotografien sind Medien einer mechanischen Objektivität. Sie nageln die Verlassenen in ihrer Verlassenheit fest. Das heißt, wir können sie aber animieren und zu normalen Momenten einer Erzählung machen. Und drittens, Fotografien können etwas, was Erzählungen nicht können. Sie enthalten einen Schatz von Nicht-Vorhergesehenem. Wer jetzt ein Buch erwartet über Fototheorien, wird enttäuscht. Es ist kein Buch über Fototheorien. Es ist kein Buch über Medientheorie, sondern es ist, wie ich eine Rezension entnehmen durfte, eine Sammlung und Erzählungen. Und als ich das las, war ich richtig glücklich. Entlastet vom Anspruch, Theoretiker zu sein. Im ersten Kapitel sehen Sie die nackte Marina Abramowitsch und ihren Partner Ulay 1977 im Türrahmen des Städtischen Museums in Bologna. Der Abstand zwischen beiden beträgt schätzungsweise 40 Zentimeter. Diese Passage muss gemeistert werden. Die Performance ist nicht unbekannt. Man kann sich Ausschnitte davon im YouTube ansehen. Ich beleuchte nun aber die Szene mit Kategorien der Soziologie der Scham. Das ist das erste Kapitel. Im letzten Kapitel beschreibe ich die Ausstellung der nackte Mann im Lentos-Museum in Linz im Jahr 2012. Die Kuratorinnen haben zur Begrüßung das großformatige Bild der Bodybuilder von Selko Wieners ins Treppenhaus gehängt. Das Genital, wie Sie sehen, fehlt. Es erscheint schwarz-weiß auf einem Fernsehschirm. Was will man mehr? Man kann sich nach dieser Skizze des Anfangs- und Schlusskapitels nicht des Eindrucks erwehren, dass das Buch sich um die Attraktionen des Netzhautsexes greift. Netzhautsex ist ein Terminus, den die Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch einmal geprägt hat, allerdings in Beziehung zum pornografischen Kino. Ansonsten bilden die Gegenstände des Buches keinen Grund zur Heiterkeit. Man sieht im Kapitel Robert Kappers Landung im Labor das berühmte Invasionsfoto, auf dem der Sozialarbeiter Edward aus Atlanta im aufgepatschten Salzwasser vor der Küste der Normandie ums Leben, ums Überleben kämpft. Ein anderes Kapitel dreht sich um den Schrei eines verlassenen Kindes in Rossellinis neorealistischen Film Paisa im Licht von Sigrid Krakors Filmtheorie. Danach lenke ich die Aufmerksamkeit auf die Farb-Dias von Kleiderbündeln auf weißem Sand, der ein Propagandaphotograf der deutschen Wehrmacht in einer Schlucht in der Nähe von Kiew nach der Mordnacht machte. Dann ein Schnitt, den ich selbst als sehr makaber empfinde. Im zehnten Kapitel die Beschreibung einer Ausstellung über sowjetische Unterwäsche, die im Jahre 2003 im Wiedervolkskundemuseum in der Laudangasse zu sehen war. Auffällig an diesem Buch ist der abrupte Wechsel der Beschreibung von hellen Fotooberflächen zu dunklen Schriftarchiven. Dieser Wechsel gibt dem Cover des Buchs eine Dramatik, die dem Augenschein verborgen bleiben muss. Eine Flusslandschaft an einem sonnigen Tag. Eine Frau mit hellem Kopftuch und gerafftem Rock wartet dem nahen Ufer zu. Die Bewegung der Wartenden hat einen leichten Wellengang hervorgerufen. Fast grelles, seitlich einfallendes Sonnenlicht wirft einen scharfen Schlagschatten. Eine idyllische Situation, ein Malersujet. Nach acht der Kunsthistorie könnten wir die Diagonalen der Bewegungsrichtung der Frau und ihres Schattens beschreiben. Es hat doch sicher fotografische Vorbildungen. Hier in der Ausstellung sah ich zufällig von Eisenstedt dieses Foto. Also das ist von 1927 von Eisenstedt. Man aus der Bauhausfotografie sieht man sehr oft, dass Frauen aus dieser Perspektive aufgenommen werden. Auch als Unterlage für Meditationsübungen eignet sich das Bild. Ein junger Philosoph und Altphilologe, Jakob Moser, der im Augenblick bei uns Junior Fellow ist, studierte das Bild und erzählte mir von der antiken Erzählung des Hyginus, der im zweiten Jahrhundert nach Christus in seinen Fabule griechische Mythen für die Römer ins Lateinische übersetzte. Darunter einen mit dem Titel Die Sorge geht über den Fluss. Heidegger habe in seiner Zeit daran erinnert und Hans Blumenberg habe sie wieder aufgegriffen. Die Sorge geht über den Fluss, um auf ein Stück tonhaltigen Lehm zu stoßen, aus dem sich das Leben formen lässt. Sie könnte doch, um auf Lehm zu stoßen, genauso gut am Fluss entlang gehen, wirft Blumenberg ein. Aber die Heldin tut es nicht. Warum steigt sie ins Wasser? Blumenberg kennt die Lösung, weil sie ihr Spiegelbild im Wasser sehen will. Die Betrachtung der Flusshandschaft kann also in sehr gelehrte Assoziationen münden und kommt darin nicht zur Ruhe. Nun, Abzüge dieses Flussfotos fanden sich in verschiedenen Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg, die von der Kunsthistorikerin Petra Bob gefunden wurden. Das idyllische Motiv berichtet sie, sei derart aus der Serie der üblichen Lanzerfotos an der Ostfroost herausgefallen, dass es ihr unheimlich geworden sei. Sie fand es insgesamt in drei Fotoalben verschiedener Lanzer. Bis sie das Foto aus einem Einsteckalbum herausnehmen konnte und welch einfache und geniale Geste der Forscherin die Rückseite inspizierte. Und da stand mit Tinte die Minenprobe vom Donas zum Don 1942. Die knipsenden Lanzer standen offensichtlich auf der Brücke und warteten Suspens pur. Dass etwas passierte. Die Frau war als Minensuchgerät ausgewählt worden. Die Forscherin fand heraus, dass der Kommandeur des Armeegebiets angeordnet hatte, Juden oder gefangene Bannengehörige als lebende Detektoren vorangehen zu lassen. Kein Element des Fotos Kein Element des Fotos übermittelt die Todesbotschaft. Der Schrecken kommt aus dem rückwärtigen Schriftraum. Ist er einmal in die Fotooberfläche getreten, sind wir zeitlebensunfähig, das Foto nochmal unschuldig anzuschauen. Dennoch gilt Roland Barthes Satz, vielleicht nur für die analoge Fotografie, von einem realen Objekt, das einmal vom Motiv einer Kamera eingefangen wurde, sind Strahlen ausgegangen, die mich erreichen, der ich hier bin. Die Fotografie des verschwundenen Wesens berührt mich wie das Licht eines Sterns. Eine Art Nabelschnur verbindet den Körper des fotografierten Gegenstandes mit meinem Blick. Das Licht ist hier, ob schon ungreifbar, doch ein körperliches Medium einer Haut, die ich mit diesem oder jener teile, die einmal fotografiert worden sind. Das ist die Magie des Fotos. Barths Satz hat, finde ich, eine zauberhafte Wirkung auf unsere Wahrnehmung. Auf die Wahrnehmung der Frau in der Flusslandschaft. Im Visieren der Soldaten und im Hintergrundwissen des Armeebefehls war sie als Individuum im Reich des Feindbilds unter statistischen Zahlen der Mordpraktiken der Mehrwerten endgültig ausgelöscht worden. Der Schrecken, in dem sie verstand, bleibt. Aber die Magie des Fotos ermöglicht es zumindest, die Frau im Fluss zu vergegenwärtigen, sodass uns diese namenlose Gestalt in ihrer Individualität wie das Licht eines Sterns berührt, obwohl wir ihr keinen Namen geben können. Nun, was ich hier erzähle, hat keineswegs den Segen der Kulturwissenschaft. In den vergangenen Jahrzehnten, die davon ausgingen, dass wir über Wirklichkeit gar nichts sagen können. Medien sind vom Verdacht umgeben, sie würden Dinge verbergen, was immer auf der Bildfläche erscheint, es stellt sich die Skepsis ein, ob das, was man sieht, nicht auf Fake, Konstruktion, oder zumindest eine manipulierte Form der Wirklichkeit. Ein Großteil der Medienwissenschaft lebt von diesem Verdacht. Manchmal aber und vor allem in Kriegszeiten werden selbst die Skeptiker schwach. Sogar abgefeinte Medienzyniker würden plötzlich wieder die Wahrheit wissen. Plötzlich traut man den Bildern der eingespannten Journalisten, verwackelt und unschauen wie denjenigen der dänischen Dogmafilme. Man traut ihnen zu, was man den Medien generell abgesprochen hat, nämlich Bilder der Wirklichkeit zu sein. Nicht die klinischen Bilder des ersten Golfkriegs, sondern jetzt schwitzende Soldaten, erschöpfte Reporterinnen, Staub und Tränen lassen sehen, dass das Kriegshandswerk eine mörderische Strapaze ist. Zum ersten Kapitel mit dem Namen Das Portal. 1977 wird das kunstinteressierte Publikum in Bologna zu einer Performance von Marina Abramowitsch in der Galleria Kommunale Darte Moderna eingeladen. Diesmal erwartet die Besucher eine befremdliche Situation. Die Eingangstür des Museums ist verschmälert worden. Marina Abramowitsch und ihr Partner Ulay stehen sich splitternackt im Portal der Galleria gegenüber. Dazwischen nur ein kleiner Spalt von ca. 40 cm, ein ungehinderter Zugang zu dem Ereignis, das man im Inneren des Museums vermutet, ist nicht möglich. Die Besucher sehen sich vor der Aufgabe, eine heikle Passage zu meistern. Nun, leicht vorzustellen, zumindest in meiner Einbildungskraft, was nun geschieht. Vor dem Portal entsteht ein Stau, die zögernden Besucher ordnen sich halbkreisförmig davor an. Denn Mut ist gefordert, es gilt sich aus dem sicheren Ring der Beobachtung zu lösen, um nun selbst Objekt fremder Blicke beim Passieren der beiden nackten Körper zumindest eine gute Figur zu machen. Die Beschämung durch fremde Blicke bedroht das Selbstwertgefühl, also eine typische Beschämungssituation. Einer der Besucher, so stelle ich mir den weiteren Verlauf vor, muss den Anfang machen. Er oder sie muss sich vom Distanzsinn des Sehens, der den restlichen Zuschauern noch einer Sicherheitszone verbirgt, trennen, um in die Zone des Tastsins vorzudringen. Der Dunstkreis zweier Körper muss durchquert werden, dabei streift man notwendigerweise und so flüchtig wie möglich deren Haut. Vielleicht hilft die Aktentasche, man kommt ja direkt vom Büro und das Ding ließe sich am langen Arm voranschicken wie ein Minensuchgerät. Ist es schicklicher, der Diva der Performance, die kalte Schulter zu zeigen und sich Ulu zuzudrehen, den man aufgrund seiner Körpergröße überhaupt nicht in die Augen blicken braucht? Oder ist es andersrum ein mutiger Blick, zumindest auf den Hals von Marina Abramowitsch? Dann wäre das angemessener. Was folgt, kann den Medienfreak der späten 70er Jahre überhaupt nicht überraschen. Im Innern des Museums treffen die Prüflinge auf einen Kreis von Besuchern, die die Passage bereits heil überstanden und sich inzwischen zwei Videobildschirmen zugewandt haben. Der erste Bildschirm zeigt mit leichter Zeitverzögerung das Eintauchen der Besucher ins Portal, das zweite ihr Auftauchen aus der Passage. Der Kreis schließlich, hinter der Passage warten Bilder der Passage. Im Innenraum flimmern die Medien, nichts dahinter, außer Medien als letzte Instanz. Erst recht spät sah ich auf YouTube einen längeren Ausschnitt der Performance, denn bis jetzt alles, was ich Ihnen erzählt habe, entspringt meiner Einbildungskraft und diesen Fotografien. Spät sah ich also auf YouTube einen längeren Ausschnitt der Performance in Polonia, der mir zu denken gab. Keine Isolation des Einzelnen fand statt, stattdessen ungeheures Gedränge. In schneller Abfolge geradezu miteinander verkettet, den Kleiderkontakt mit dem Vorgänger suchend, die Berührung der nackten Körper auf kurze Augenblicken beschränkend, traten die Kunstfrix die Flucht nach vorne an. in der Nackt des Einzelnen nach hinten in der Nackt nach hinten in der Nackt an. In der Nackt in der Nackt an. In der Nackt Das war's für dich. Man trifft sich, jubelt, erzählt sich und hat das Entscheidende ganz offentlich verpasst. Verpasst offensichtlich haben sie ganz entschieden die Intention der beiden Artisten, die später davon ausgegangen sind, dass es wäre dann umgegangen, ein Energiefeld zwischen zwei Körpern herzustellen und zu beobachten, wie die Energieströme zwischen den beiden Körpern das Verhalten der Passanten beeinflussten. Auf Grundlage der chinesischen Energielehre glaubten sie, in diesem Experiment etwas herausfinden zu können. Alle diese Intentionen gingen baden. Diese kunstfreaks, unglaubliche Routinie eigentlich, die quasi dadurch auch das Entscheidende verpasst. Im Juni, zweites Kapitel, Robert Carpers Landung in der Normandie. Am 6. Juni 1994 veröffentlicht die New York Times ein Foto, das Robert Carper 50 Jahre zuvor am frühen Morgen des D-Days, der Beginn der Invasion der alliierten Streitküste, an der Küste der Normandie vor dem Omaha Beach aufgenommen hatte. Ich hielt zu dieser Zeit ein Seminar über Kriegsfotografie in der University of Chicago und war brennend daran interessiert, welche Funktion dieses Foto, das längst zu einem Geschichtszeichen geworden war, gegenwärtig in der Gedächtnispolitik der USA hatte. Die Redaktion der New York Times hatte Alan Trachtenberg, Professor für American Studies und Anglistik in Yale und durch sein Buch Reading American Photographs, Images as History, einem größeren Leserkreis bekannt. Sie hatte ihn gebeten, Carpers Foto zu kommentieren. Tachtenberg stellt in seinem Kommentar die Frage, wie kommt ein Foto von so miserabler technischer Qualität überhaupt solche Prominenz erlangen. Als das Foto 50 Jahre zuvor, am 19. Juni 1944, erstmalig in Live Magazine veröffentlicht wurde, hatte es eine gewisse polemische Qualität. Im Widerspruch zu den ersten offiziellen Verlaubbarungen über die Leichtigkeit der Landungsmanöver dokumentierte Carpers Aufnahme die physische Erfahrung des Chaos vor Ort. Carper, der mit der ersten Landungsfälle ins Meerwasser stieg, erinnert sich in seinen Memoiren Slightly Out of Focus. Das Licht der Morgendämmerung sei so grau gewesen, dass er die Konturen der Soldaten kaum von dem durch die Einschläge gepunkteten Wasser habe unterscheiden können. Optisch sei nur das surrealistisch anmutende Design von Hitlers Anti-Evasion-Trust ins Auge gefallen. Die grotesken Stahlhindernisse, die aus dem Wasser ragten. Er selbst habe hin- und hergerissen zwischen Fluchtreflex und dem professionellen Impuls, die Situation mit seiner Kontextkamera festzuhalten, vor allem die Qualität des Lichts taxiert. Was Carper beim Erscheinen seines Fotos in Live-Magazin 13 Tage später nicht wusste, war, welches Schicksal seine Negative im Londoner Labor ereilt hatte. Von den 106 Aufnahmen hat nur elf die Hektik der Dunkelkammer überlebt. Der Boa-Assistent hatte die Negative während des Trocknens überhisst. Hitzeblasen, die Spuren geschmolzener Evolution überlagern flächendeckend die Bilder, die übrig geblieben waren, also elf. Das Fenster zum Omaha Beach war teilweise überzogen und getrübt von einem Ereignis, das einer vollkommen anderen Raum- und Zeitdimension stammte. Die berühmte Nummer 4 der Serie, die Sie sehen, eben jenes zum Jahrestag der Invasion in der New York Times reportierte Bild, ist ein vom Debakel der Dunkelkammer besonders malträtiertes Foto, was sich dann als Vorteil herausstehen sollte. Die technischen Mängel, der unübersehbare Defekt in der chemischen Trägerschicht, verstärkten den Eindruck der Unmittelbarkeit. Und so machte die Redaktion des Live-Magazins aus der Not eine Tugend. Sie versah, dass am 19. Juni veröffentlicht Foto mit einer Bildüberschrift, in der seine Unschärfe auf die immense Erregung des Augenblicks zurückgeführt wird, die der Fotograf im Chaos der Invasion erfasst habe und die nun auch im Foto zu spüren sei. Die Redaktion verheimlichte das Mitgeschick im Labor dem Fotografen noch lange Zeit. Sie teilte ihm mit, dass Meerwasser in die Kamera eingedrungen sei und den Film teilweise zerstört habe. Die hohe Horizontlinie deutet auf die niedrige Position des Fotografen hin, der sich mitten im Entfernung der Landung befindet. Man erkennt den auf ein unbekanntes Ziel gerichteten Blick des Soldaten, den Winkel des Kopfes, die Stellung seines Unterkiefers und die nutzlos neben dem Körper treibende Schwimmweste. Seine Gesichtszüge künden vom konzentrierten Versuch, Grund unter die Füße zu bekommen. Dakonisch heißt es bei Trachtenberg, das Foto ermöglicht die Imagination einer Person, die an einem unmöglichen Ort mit ihrer Kamera die Erfahrung anderer teilen will. Nun, pathetisch ist der Kommentar des amerikanischen Fotohistorikers dann gar nicht. Denn er muss unbedingt noch folgende amerikanische Anekdote mitteilen. Kurz nach dem Krieg stieß eine Frau in einem kleinen Ort in Pennsylvania bei der Lektüre einer Illustrierten auf Capas Foto und erkannte im abgelichteten Soldaten ihren 20-jährigen Sohn Edward. Der hatte die Landung überlebt und arbeitet jetzt seit 1946 als Mitarbeiter verschiedener Sozialhilfeorganisationen in Atlanta. Noch heute wundere sich Edward darüber, dass ein Fotograf es riskiert habe, den heiklen Augenblick der Abwehrfeuer stagnierenden Landung am Strand der Normandie festzuhalten. Eine solche Worte würde man gern in deutschen Kommentaren auch heben. In der Regel mündet es in Pathos. Pathos deswegen, weil ein Sozialarbeiter so fern vom Erhaben ist, dass man überhaupt nicht erwähnen kann, dass er Sozialarbeiter wurde. Drittens, Bachs Punktum. Der Einzige, mit dem ich mich theoretisch näher auseinandersetze, ist Roland Barth und da vor allen Dingen die Mythen des Alltags und die Schrift der Helle Kammer. Für Roland Barths Fototheorie in der Hellen Kammer beginnt das Abenteil der Bildbetrachtung erst, wenn das Foto aus den Kontexten von Technik, Ikonografie, Reportage und überhaupt Kunst herausgerissen wird und etwas Unvorhergesehenes beim Betrachter passiert. Ein einzelner Punkt der Fotooberfläche durchbricht wie ein Stich die Oberfläche und trifft den Betrachter. Mitten in der Analyse der Struktur des Fotos überfällt ihn ein Stich, Bach nennen das das Punktum. Es muss nicht spontan geschehen, es kann während des aufwendigen Studiums des Bildes passieren. Aber wenn dieser Stich, wen einmal der Stich getroffen hat, der kann durch keinerlei Begriffe des Studiums diesen Stich, der vom Foto ausgeht, mehr aushebeln. Sie können das wahrscheinlich an den ausgestellten Fotos nachher genau beobachten, welches Punktum, das ist eine sehr subjektive Erfahrung, von diesen Fotos ausgeht. Der junge Mann mit seinem ausgestreckten Nass ist an den rechten Bildrang versetzt. Und wenn Sie sagen, wieso rechts, wenn er hier links ist, die ersten Ausgaben der Hellen Kammer, die ich benutzt habe, versetzen Sie in einen linken Bildrand. Die späteren Ausgaben haben Sie dann offensichtlich an den richten versetzt. Er ist nur halb zu sehen und es liegt nahe, den Torso des Jünglings in die Tradition der Kreuzjungsfiguren zu rücken. Das wäre ein traditionelles kunsthistorisches Verfahren. Auch die Assoziation mit der Kreuzjungsszene in Monty Python's Life of Brian scheint mir nicht an den Haaren herbeigezogen. Always looking on the bright side of life, das könnte er ja singen. Bach interessierte jedoch etwas vollkommen anderes. Der Fotograd haft, und darin besteht nach Bach seine Kunst, die Hand des Junges genau in dem richtigen Grad des sich öffnens, in der Intensität der Hingabe festgehalten. Ein paar Millimeter mehr oder weniger und der Körper, den man erahnt hätte, hätte sich nicht mehr wohlwollend dargeboten, sondern pornografisch. Schließlich stellt die Pornografie Bach zufolge gewöhnlich das Geschlecht dar. Sie macht ein unbewegtes Objekt, ein Fetisch daraus, beweihrerstört wie ein Gott, der seine Nische nicht verlässt. Im pornografischen Bild finde ich, sagt Bach, kein Punktum, bestenfalls amüsiert es mich, doch selbst selbst dann stellt sich rasch lange Welle ein. Die erotische Fantasie hingegen macht das Geschlecht nicht zum zentralen Gegenstand. Das Punktum ist mithin eine Art subtilen Abseits. Als Führer das Bild des Verlangen über das hinaus, was es erkennen lässt. Nicht nur dem Rest der Nacktheit, nicht nur einer imaginären Praxis hingegen, sondern hin zur abstrakten Vollkommenheit eines Wesens, eines jungen Mannes, dessen Seele und Körper verschmolzen sind. Dieser junge Mann mit ausgestreckten Armen und strahlendem Lächeln verkörpert eine Art heiter Erotik, so Bach. Aber auch Meppel Thorpes Bildnerischer Verfahren ist raffiniert und kann im Studium begriffen werden. Auffallend vor allen Dingen der Schnitt durch Haarschauf, Augenbrauen, Backenknochen, Brustkorb und den Fingernagel des Zeigefingers, der den Kontakt zum Michel Angelung Finger abfängt. Nur in der Hand konzentriert sich für Bach die Gewissheit, die ihn besticht. Nun steht im Brennpunkt der Zeichenpraktiken, die Bach interessieren, immer die Hand. Die Zeichen, die ihn in Bann halten, lösen sich nie von der Rhythmung und der Motorik des Zeichnens. Es ist die Bewegung der linienzeichnenden Hand, die sich im Grafischen manifestiert, einen schwarz-weißen Raum öffnet, ohne sich in den Graustufen einer Fläche zu verlieren. Meppelthorps Foto hebt das Auf- und Abschwellen der Linien in den armen Partien wie in einer künstlerischen Handzeichnung hervor. Der Nagel des Zeigefingers berührt den Rahmen einer Geste, die besagen mag, ich bin ein Bild. Vielleicht weist der Zeigefinger auch aus dem Bild hinaus. Die Wirklichkeit des dargestellten Körpers wäre andernorts zu haben. Beide Beobachtungen widersprechen Bachs Beschreibung, in der Meppelthorps Zeigefinger überhaupt nicht zeigt, sondern Verhalten zwischen einer Geste nach außen und innen stille hält. Vierter Fall, die Madonna des New Deal. Am 3. Oktober 2008 macht zu meiner Überraschung ein anderes berühmtes Bild der Fotogeschichte Widerschlagzeilen. Unter der Meldung Collapse in Stock Market Prices und Million Deforting on Mortgage Repayments fragt die Redaktion des Guardians auf dem Pittelbad Is history repeating itself? Sie veranschaulicht die Krise des Finanzmarkts und die Angst vor einer Wiederholung der Geschichte mit diesem weltbekannten Foto Dorothea Lengs Migrant Mother. Die Redaktion des Guardians räumt dem Foto Steuerungsfunktion ein. Es geht nicht darum, die spezifische Situation einer Wanderarbeiter im Jahr 1936 dem Zeitpunkt der Aufnahme zu vergegenwärtigen. Vielmehr ruft das Bild die Regulierungsmaßnahmen des New Deal in Erinnerung. Another provider is called to step into the husband's place, heißt es in einer Studio zur Lengs Foto. Das heißt, der Vater ist weg, wir rufen den Staat. Der Versorger, von dem hier die Rede ist, soll nämlich der Staat sein. Er ist aufgerufen, in das außer Kontrolle geratene Wirtschaftskühl einzugreifen. So wie wir es im Jahre 2008 kennengelernt haben. Die Karriere des Fotos mit dem offiziellen Titel Migrant Mother, Naipolo, Kalifornia 1936, verläuft rasant. Bereits vier Tage nach der Aufnahme, am 6. März 1936, werden zwei Varianten im Rahmen einer Reportage über ein Lager von Wanderarbeitern in den San Francisco News publiziert, worauf die Bundesregierung unverzüglich Nahrungsmittellieferungen in die betroffene Region veranlasst. Ein Ausschnitt des Fotos erscheint im August, wir sehen es hier in der New York Times, in der September-Ausgabe der Zeit für Survey Graphic mit dem Titel Dragging Around People fällt es schon eine ganze Seite. Gerahmt wird diese Geschichte von Artikeln des Ökonomie-Professors Paul Schuster-Taylor, für den die Fotografien den gleichen Rang wie statistische Daten und Befunde der empirischen Sozialforschung haben. Er hat sich bereits 1934 Dorothea Lange angeschlossen und wird sich in den kommenden Jahren auf ihre professionelle Ausrüstung Graphlex und Rollerflex verlassen. Hier sehen wir Dorothea Lange, also mit einem nicht sehr handlichen Fotoapparat. Und hier ganz auf der ganz rechten Seite sehen wir den Ökonom Paul Schuster-Taylor. Nun, nur aufgrund von zwei Abstraktionsstätten kann Lange's Foto so schnell eine zentrale Rolle in der Kamm während des New Deal Farm Security Administration spielen. Das Bild ist zunächst ein Beitrag einer empirischen Fallstudie und wird gleichzeitig zum Impulsgeber einer staatlichen Kampagne. Die Wirkung des Bildes verdankt sich einem Paradox. Es zeigt einerseits lähmende Angst und gleichzeitig um den Impuls auszulösen, dass etwas getan werden muss. Damit erfüllt das Foto und damit erfüllt das Foto ein wichtiges Kriterium der Farm Security Administration. Es zeigt nicht den antriebslosen Abschaum, wie es heißt, der Armutswelle und es zeigt es gar nicht militant zornige. Wir werden später hören, diese Frau ist Agitatorin. Genau in diesem Moment, in dieser Position wird sie nicht gezeigt. Es ist beabsichtigt, Bilder von würdigen Armen zu zeigen, denn das gehört zur Rhetorik der Kampagne. Würde als Zeichen stoischen Gleichmut des geduldigen Wartens auf staatliche Fürsorge. Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt die zweite Karriere dieser Migrant Mother. Sie wird zum Prunkstück in der Ausstellung The Family of Men, die ab ihrer Weltreise im Jahre 1951 beginnt, von der aus das Foto sein Siegeszug durch die Museen antritt. 1994 bemerkt die Kunsthistoriker und Paula Rabinowitz, das Bild ist dermaßen eine Ikone geworden, dass es über die Wirklichkeit gar nichts mehr sagt und dann erscheint, kurz darauf erscheint das Foto als Briefmarke. Nun, das Blatt der Zeitlosigkeit wendet sich, 1978 mit einem Artikel der Associated Press in the Los Angeles Times. Es ändert sich abrupt. Recherchen eines Journalisten bringen plötzlich das zu Tage, was unsichtbar geworden war. Es ist nämlich das Individuum, das 43 Jahre zuvor abgelichtet wurde. Jetzt hat das plötzlich wieder einen Namen. Florence Owen heißt es inzwischen. Die Madonna ist inzwischen 75 Jahre alt. 43 Jahre war sie stumme Ikone gewesen. Jetzt spricht Florence Thompson, wie sie inzwischen heißt. Dazu ein Foto, das sie 1978 in ihrem Trailer Home zeigt. Florence Thompson zeigt sich verbittert. Während das Bild um die Welt reiste, blieb die Abgelichtete wie festgenagelt an ihrem sozialen Ort der Armut. Das Foto im Trailer öffnet ein Fenster zu einer verborgenen Dimension des Opfers. Die Scham der Armen in ihrer Armut ausgestellt zu sein. Und die Gewissheit, dass es den Betrachtern des Fotos immer noch besser geht als ihr. Eine neue Wendung nimmt die Geschichte als Florence Thompson auch nach einem Herzinfarkt wieder in die bewährte Sprachlosigkeit der Ikone verfällt. Sie hat keine Krankenversicherung. Nun gelingt es ihren erwachsenen Kindern mit Hinweilen auf das berühmte Abbild, Spenden in Höhe von 35.000 Dollar aufzutreiben. Das hilft eine Weile. Florence Thompson erliegt dennoch bald dem Krebsleiden. Doris Hildeng ist 1936 ein offiziell Photograph Investigator der Resettlement Administration war sie. Ihr Auftrag ist es Aspekte der Agrarkrise erodierte Böden Migranten, Camps, Frauen und Kinder im Elend zu dokumentieren. Sie fotografiert Florence Owen die sich nach einer Autopanne mit ihren acht Kindern provisorisch am Rande eines Erbsenleser Camps im kalifornischen Naipono niedergelassen hat in sieben Einstellungen. Die Abgelichtete ist umgeben von einem schlissenen Zelt leeren Geschirr einem halb geöffneten Koffer einer Gaslaterne und vier Kinder. Ihr Lebensgefährte hat sich soeben zu Fuß aufgemacht um jeden Mann zu finden der den Kühlventilator des Autos reparieren kann. Das ist das Auto das ist quasi die Ansicht der Situation das war man muss sich fragen alle diese Fotos die ich hier zeige hatten die geringste Chance Ikone zu werden die Frage ist warum das durfte nicht gezeigt werden weil die entblößte Brust quasi war nicht öffentlichkeits taugsam dieses ganze provisorische was natürlich eine viel auskunftsreichere Fotografie ist als die Ikone selbst hat es nie in den Status gebracht das sind alles Fotos die aus Depots herausgeholt werden müssen weil sie total verschollen waren die Kunsthistoriker fragen jetzt fragen wenn wir nochmal zurück also die Frage warum konnte das eine Ikone werden die Kunsthistoriker werden fragen welche Kompositionsprinzipien Dorothea Leng befolgte und sie wurden schnell fündig wenn beide Augen der Porträtierten zu sehen sind dann befindet sich in aller Regel eines auf einer vertikalen Achse die genau durch die Bildmittel verläuft das ist das Gesetz der Porträtmalerei die abgebildete blickt nicht nach rechts aus dem Bildraum hinaus die Blickrichtung von rechts nach links sorgt dafür dass die Aufmerksamkeit des Betrachters den Bildraum nicht verlässt Lange wählt also Konventionen der Porträtmalerei folgend den Ausschnitt extrem eng damit sind alle zufälligen Objekte aus dem Blickfeld ausgesperrt sie isoliert die Mutter und erst dieser Eingriff ermöglicht den appellativen Charakter des Bilds es zitiere so befindet die Kunstkritik einhellig das Bildmotiv der Mütterlichkeit in der Traktion christlicher Mariendarstellung und das ist eine unglaublich merkwürdige Feststellung ein störendes Moment bleibt allerdings der Daumen rechts unten am Rand der selbst auf der retuschierten Faschung noch schwach zu erkennen ist zwei Jahre nach der Entstehung der Aufnahme hat die Fotografin gegen den Widerstand der Archivverantwortlichen die den dokumentarischen Status des Bilds gefährdet sahen eine Retusche des Daumens vorgenommen die amerikanische Kunsthistorikerin Sally Stein macht auf eine Merkwürdigkeit der Rezessionsgeschichte Aufmerksamkeit Kunsthistoriker sprachen üblicherweise von einer Pietà mit zwei verdrehten Assistenzfiguren was ja nicht ein Ausdruck der nicht ohne Komik ist die Tradition der Marienmalerei sagt Sally Stein hätte allerdings erwarten lassen dass die Augen der Mutter auf ihre Kinder oder zumindest nach unten gerichtet sind um einen Raum unverletzlicher Intimität zu beschreiben die Mutter hätte den Betrachter gleichsam taxierend wahrnehmen müssen als gelte es einen von außen kommenden Impuls abzuwehren in die geschützte mütterliche Zone einzudringen die Myron Mother dagegen scheine sich weder des Kinds auf ihrem Schoß noch seiner Geschwister um sie herum bewusst zu sein Stein beobachtet was jedem Betrachter ins Augen springen muss es fehlen alle sentimentalen Indizien die normalerweise eine harmonische Mutter-Kind-Beziehung verbürgen nun schlägt die amerikanische Forscherin ein weiteres Kapitel in der Karriere der Migrant Mother auf in dem sie eine neue Motivation hält ihr fällt auf dass Langs Archive zahlreiche Fotografien enthalten auf denen Männer zu sehen sind die sich mit Gesten mütterlicher Fürsorge um Kinder kümmern Männer sie erkennt darin das Bestreben der Fotografin die Stereotype der Mütterlichkeit und die Enge die im Bildraum der Kernfamilie vorherrscht zu springen langes Fotos zeigen der amerikanischen Forscherin zufolge eine starke Ambivalenz gegenüber dem Kult der Mütterlichkeit quasi das Bild wandert jetzt in die Zone des Feminismus und der Fertner völlig neue Bedeutung 60 Jahre nachdem Florence Owen fotografiert worden ist gibt es eine weitere Entdeckung man stößt nämlich plötzlich auf Owens ethnische Herkunft sie gehört zu den Native Americans zu den Chirokesen das erklärt vielleicht warum ihre Haltung oft als stoisch beschrieben wird es entspricht der konventionellen Wahrnehmung von Indianern schon etwas Coetis hat in seinen Indianer Fotos Ende des 90 Jahrhunderts deren stoischen Porträtblick kultiviert andererseits erscheint es vor diesem Hintergrund noch seltsamer dass Kunsthistoriker der Michael und Manner immer nordische Züge zugeschrieben haben der Katalog der GT Ausstellung spricht von hübschen androgynen Gesichtszügen die in Kombination mit dem stoisch ernsten Gesichtsausdruck die universelle Ausstrahlung der Ikone bewirken ein weiterer Kommentar stellt eher lakonisch fest dass die Porträtierte in jedem Country Club eine glänzende Figur machen würde weil sie der Inbegriff einer hübschen Amerikanerin sei gleichsam das Mädchen von nebenan Sally Stein vermutet dass dahinter ein kosmetisches Motiv verborgen ist die Imagination eines Selbstbildnis mit den höheren Wangenknochen der Indianerin nobelitiere diejenigen die sich mit ihr identifizieren fünftes Kapitel der Schatten des Fotografen Der Fotograf Johannes Hehle führte am Mai 1941 bis zum Winter 1942 1943 im Rang eines Offiziers der Wehrmacht einen Zug der Propagandakompanie 637 unmittelbar nach der Erschießung von 33.771 jüdischen Einwohnern der Stadt Kiew am 29. September 1941 fährt der Berufsfotograf nachdem er das Foto vom jüdischen Friedhof der Gemellnik Offenohrstraße und der Markthalle gemacht hat mit einem Krad oder einem PKW man weiß es nicht genau direkt zur Schlucht von Babi Jahr im Nordwesten der Stadt dort schießt er zunächst einige Schwarz-Weiß-Fotos die die Weite der Schlucht zeigen die von hellen Sandwänden eingeahmt wird zu sehen sind darauf auch Reihen von abgelegten Kleidern die sich in einem Halbkreis bis zum Ende der Schlucht hinziehen und drei Soldaten wahrscheinlich auf der Suche nach Geld und Wertsachen nun interessieren ihn einzelne Kleiderhaufen er beginnt Nahaufnahmen zu machen und er macht insgesamt zwölf Farbdias da belichtet er die vor ihm liegenden Gegenstände nicht einfach ab er arrangiert sie findet er zwischen Wäschestücken Jacken und Mänteln Fotografien der Ermordeten und ihrer Liebsten so steckt er sie sichtbar zwischen die Kleidung ein junges Paar ein Junge im Matrosenanzug das Porträt einer jungen Frau und nachdem er mit den Nahaufnahmen fertig ist steigt der Fotograf auf das obere Plateau der Schlucht und macht von hier aus Überblicksaufnahmen nun der Weg des Fotografen durch Kiew wurde auf Grundlage der Bildfolge von Historiker des Instituts für Sozialforschung in Hamburg rekonstruiert im Grunde aber weiß man fast nichts über ihn Meldungen der Propagandakompanie 637 verzeichnen nur dass er am 30. September 1941 188 Fotos zum Thema Einsatz im Osten beigesteuert hat Helle fiel am 10. Juni 1944 in den Kämpfen an der Westfront die Dias wurden 1954 von der Witwe des Bildberichterstatters verkauft und standen als Schwarz-Weiß-Reproduktion 1931 der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main zur Verfügung und gelangten mit der Aktenabgabe der Staatsanwaltschaft in das hessische Hauptarchiv auf einem der Dias fällt auf das Kleid eines jüdischen Mädchens ein Schatten der Schatten des Fotografens also ich das Bild jetzt nach langer Zeit ich habe lange versucht das Bild überhaupt nicht anzugucken als ich es sah habe ich den Schatten nicht mehr gefunden oder ist es ungewiss der Schatten des Fotografen gehört zu einer anderen Ordnung als die abgelichteten Dinge er gehört nicht zu den Relikten der Toten der Schatten wird schwerelos weggleiten wenn der Fotograf wieder auf sein Motorrad steigt er gehört nicht zur Ordnung der Familienfotos die der Fotograf für eine Grabbeigabe zwischen die Kleider steckt er den Schauplatz verlässt der Schatten des Fotografen ist keine schwarz ausgetuschte Fläche die eine klare Silhouette des Mannes mit der Kamera erkennen ließe er weckt sich nicht wie eine schwarze Decke über den Stoff der Kleider er ist durchaus transparent seine Kontur ist durch das Falten durch die Falten der Textilien gebrochen mehr als diese Kontur die nichts beweist haben wir nicht der Fotograf geht seinem Handwerk nach als ob er nur noch das Leichentuch das sich inzwischen über den Boden der Schlucht erstreckt ablichten wollte die Ereignismeldung UdSSR Nummer 106 vom 7. Oktober 1941 lässt er ahnen was sich unter diesem Leichentuch verbirgt Zitat in Zusammenarbeit mit dem Gruppenstabe und zwei Kommanders der Polizeiregiments Süd hat das Sonderkommando 4A am 29. 30.09. 33.771 Juden exekutiert dieser Schreibmaschinentext ist schrecklicher als jedes Bild die anonyme Dimension der Taten ihre Logistik und bürokratische Abhandlung kann nur in Schrift gespeichert werden das Grauen der Statistik auch das kann nicht fotografiert werden im Fall des Berufsfotografen einer Propagandakompanie scheint der Beweggrund hinter der fotografischen Dokumentation nicht schwer zu finden der Fotograf erfüllt seinen Auftrag und weiß dass sein Apparat der vorgeschobene Posten eines Militär und Propaganda Apparats ist die Filme der Kriegsberichterstattung werden in der Regel sofort entwickelt von den kleinen Filmen werden Kontaktstreifen und von brauchbaren negativen Vergrößerungen hergestellt nach den Zensuren unter militärischen Gesichtspunkten wird mit der propagandistischen Zielrichtung entschieden welche Vergrößerungen für den Pressegebrauch freigegeben werden sollten diese werden dann an Bildagenturen zur Verteilung weitergeleitet in Berlin werden die negative der kleinen Bildfilme positive Kontaktkopien auf Fotopapier im Streifenformat der negative und Rückvergrößerungen in das Bildarchiv des Bildpresseamts übernommen das in Kriegszeiten dem Oberkommando der Wehrmacht unterstellt war heute werden die originalen Nitrofilme aus den Kameras der Propagandakompanie Fotografen in Kühlcontainern verwahrt vergegenwärtigt man sich die Stellung dieses PK-Beobachters im Militärapparat so wird andererseits klar dass Johannes Hehle illegal handelte als er Filme für sein privater Schiff abzweige er wird gewusst haben dass sich diese Aufnahmen weder für die Propaganda eignen noch als Aktenbeilage in der Bürokratie einer Todesmaschinerie dienen können der Schatten des Fotografen vergegenwärtigt den schaurigen Rest an Handlungsspielraum der dem Kriegsberichterstatter blieb sechstens sowjetische Unterwäsche am 22. März 2003 liest man im Wiener Standard folgende Meldung der Austria-Presseagentur das Wiener Volkskundemuseum geht den Russen an die Wäsche unter dem Titel Körpergedächtnis ist ab 21. März Unterwäsche die in Russland und der UDSR von 1917 bis 1991 hergestellte wurde beziehungsweise dort in Gebrauch war zu sehen Die Boutique Gegenalltag weist Näheres zum Ereignis Zitat Unter dem Motto Körpergedächtnis präsentiert die Boutique Gegenalltag am 20. März bis 3. August 2003 Unterwäsche einer sowjetischen Epoche Special Guest in den Gegenalltagsboxen ein russischer Disc Jockey Anschließend Wodka und Bocz Eintritt frei Die Kunstzeitung Online Art Magazin erzeugt Neugier indem sie ihre Ankündigung der Träume aus Dederon mit einem Foto aus dem Katalog der Ausstellung vorsieht was sie vor sich haben Die Auszüge aus der Presse demonstrieren dass sie die Ausstellung die in St. Petersburg und nicht Ninovgorow großes Aufsehen erregt hatte ohne Reibungsverlust in die Wiener Eventkultur integrieren lässt Lust an Morbidität schluckt eben alles Der Ausstellungsbesuch irritierte mich hochgradig Ich hatte wie gesagt die Farbdias von den Wäschebündeln in der Schlucht von Babi Yar im Kopf die in der zweiten Wehrmachtsausstellung gezeigt worden waren Das war nun der denkbar ungünstigste Ausgangspunkt für Fragen des Körpergedächtnisses dass die Kleider in der Laudangasse vermitteln sollten Da ich in den Konflikt zwischen den Körperbildern von Babi Yar und der weißen Wäsche in der Laudangasse nicht so schnell verkraften konnte legte ich auch den Katalog den ich gekauft hatte Hier ist er ein sehr interessanter Katalog Ich las ihn Ich lege den ungelesen weg Sicherlich dachte ich würde man darin so gelehrte wie Spitzfinier Kommentare finden Das arme Zeug der ungebrauchten Wäsche hat er sicherlich Anlass für tiefsinnige Überlegungen gegeben Sie kennen das ja oft von Kulturwissenschaftlern Je geringer die Evidenz desto stärker die Narration Zehn Jahre nach der Ausstellungseröffnung also im Februar 2013 nestle ich den Nylonstrumpf der Firma Wolffort mit dem der Körpergedächtniskatalog wie mit einer Banderole umwunden ist von der Plastikhülle des Kleinformatien Ringbohns und bald darauf staune ich welch bizarren autobiografisch rührenden klug recherchierten und geistreichen Artikel enthält verfasst wurden sie von drei russischen Kuratorinnen die ausgestellten Singe sind für sie noch im Licht der frühen Sowjetunion präsent sie verfolgen deren Schicksal in der Phase des revolutionären Aufschwungs in ihrer Verkettung mit der KGB-Kultur der 30er und 40er Jahre während des Kalten Krieges und in der Ära der post-sowjetischen Epoche Ekaterina Degu erinnert an Alexander Rutschenko sie werden einige schöne Bilder Fotografien von Rutschenki hier an den Wänden sehen sie erinnert an Rutschenkos Besuch in Paris im Jahr 1925 Rutschenko berichtet dass sein Blick sofort auf die luxuriöse wahren Welt fällt seine Wahrnehmung wird durch das absolute Fehlen von Fremdsprachenkenntnissen erheblich verschärft erschlagen von der freien Zugänglichkeit der Waren will er sie nur als schwarze und düstere Sklaven gelten lassen wird gleichzeitig magnetisch von ihnen angezogen der Katalog enthält äußerst detaillierte Rekonstruktionen von Fabrikationsketten der Unterwäsche herstellung und man trifft unversehens auf wunderbare Beispiele für die was Hans Bloch einmal die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen genannt hat damals war wie Julia Demikenko feststellt die Ungleichzeitigkeit hautnah Zitat Ungeachtet aller Ideen und Moden unter den Bedingungen stillstehenden Handels und eingestellter Produktion trug die Bevölkerung des revolutionären Russlands weiterhin das auf was sie hatte also die Matrosen der Revolution trugen teilweise noch die konfiszierten langen Generalsunterhosen aus Seide unter Feldbedingungen der beste Schutz gegen Läuse oder sie konnten noch die beschlagnahmte gebrauchte Unterwäsche bekommen die in den Jahren zuvor während des ersten Weltkriegs im Geschäft von je gottlieb verkauft wurde Wäsche aus chinesischen Seidenstoffen lange Wildleder Unterhosen und Unterziehjacken mit Seidenärmeln gestrickte lange Unterhosen für Kavaleristen mit dem besonderen Schnitt ohne innere Nähte bis in die 50er Jahre hinein so Domi Denko besaßen viele ältere Frauen in ihren Garderoben ein komplettes Sortiment an Damenwäsche aus dem 19. Jahrhundert nun Irina Sanomirskaya die dritte der drei russischen Kuratorinnen orientiert sich in ihrem Beitrag an den Moden der Dekonstruktion die aus dem Westen gerade eingesickert sind Irina Sanomirskaya zufolge dient die Unterwäsche im Modus des Ausziehens dem Verlust der Individualität menschlicher Natur die Autorin erläutert wie mittels väterlicher Wäsche nicht nur in der Sowjetunion sondern überall also es gilt auch für uns die männliche Unreife des Knabenkörpers überwunden werden kann die Haut des Jungens hält nicht die Wärme des Körpers die ehemaligen Unterhosen des Vaters überwinden das Nichtkönnen sie vervollständigen den Körper indem sie fehlende sekundäre Geschlechtsbequale des erwachsenen Manneskörpers starkes Haarkleid und Fetsche ersetzen also Jungs tragt die Unterhosen der Väter um den Reifeprozess zu beschleunigen die Wäsche sagt sie diene einem Bedarfsminium aber niemals einem sexuellen Exzess den man sich wie Josef Brodsky den Sandomerskaya zitiert in seiner Erinnerung beschrieb beschrieb Exzesse habe man sich immer als Kind und Jugendlicher illegal holen müssen Brodsky erzählt ein risikofreudiger Klassenkamerad sei einmal während der Unterrichtsstunde unter den Schulbänken bis zum Lehrertisch gekrochen mit dem einzigen Ziel einen Blick unter das Kleid der Lehrerin zu werfen und klarzustellen welche Farbe ihr Schlüpfer habe zum Abschluss seiner Expedition berichtet er der Waageboot hier in der ganzen Klasse ein dramatisch geflüstertes Lila siebtes letztes Kapitel im Oktober 2012 eröffnet das Lentos Kunstmuseum in Linz eine Ausstellung unter dem Titel Der nackte Mann die Kuratorinnen Stella Rollik Sabine Fellner und Elisabeth Nowak-Taller hängen zur Begrüßung das großformatige Bild der Bodybuilder von Selko Wiener ins Treppenhaus ein schweinischen Farben Athlet das Genital wie gesagt fehlt in der linken Hand trägt er aber einen Fernsehapparat dessen Bildschirm in schwarz-weiß seinen Penis zeigt eine mediale Konstruktion die im Vergleich mit dem Plastikrosa des gemalten Muskelpakets das Glied naturgetreu wiederzugeben scheint heißt das die Phantasmen der Sexualität und ihre naturalistische Präsentation haben sich vom Körper abgespalten augenscheinlich existieren sie nur noch in den Medien der Distanz in denen wir sie uns dann näher rücken können also im Internet der Körper in der Pracht seiner Muskulatur steht stumm daneben weil er es mit der hypnotischen Macht der Medien einfach nicht mehr aufnehmen kann das Portalbild weist auf die Arena eines Kampfes hin zu besichtigen ist in den Räumen der Ausstellung der verzweifelte Versuch den elektronischen Medien das Monopol der Nacktheit wieder zu entreißen mit dem Bilderschätzen der Nacktheit die das Internet auf Tastendruck bereitstellt kann es schließlich selbst ein Museum mit über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche nicht aufnehmen so grübelt man schon im Portal und könnte doch aufatmen welch furchtloses Zeitalter wird hier eingeläutet nicht fürchtet den Mann mehr Kastration solange die Medien im Natur nahe Prothesen anreichen zum Schluss letzten Endes sind wir alle Kartesianer dachte ich als ich im Juli 2013 das Manuskript meines Buches über die Wirklichkeit der Bilder war weitgehend abgeschlossen in der Netzhautambulanz des AKH in Wien auf die Behandlung wartete in elf Kapiteln hatte ich Richtungen und Zurichtungen des Auges verfolgt und jetzt war mein eigenes Sehorgan Untersuchungsobjekt der Ärzte die dem ersten Vortrag einer Generation der Makula nachgehen sollten auf den Gedanken dass wir letzten Endes von außen zurück traktierende körperliche Dinge sind ein Ding unter anderen Dingen war ich allerdings schon früher gekommen es war das Jahr 1997 ich lag gerade auf der Massagebank einer Klinik in der niederen Tatra zuvor hatte ich bei der Zusammenkunft einer internationalen Gesellschaft in Bratislava die sich für Bauhaus Denkmäle einsetzt den Vortrag Between the Barrier and the Seaf Finding the Border in Modern Movement gehalten am nächsten Tag hatte man unsere Gruppe überwiegend Architektur und Kunsthistoriker mit dem Bus zu einem schneeweißen Beispiel der Bänder Architektur einem Sanatorium in der niederen Tatra gefahren Ich erinnere mich noch daran dass die Patienten nach unserer Ankunft mit Decken und Kissen ihre Unterkünfte verlassen mussten um den internationalen Gästen Platz zu machen Da ich meine Aufgabe in Bratislava erledigt hatte konnte ich mich den Anwendungen des Sanatoriums zuwenden Eine Spezialität des Hauses war wenn ich mich recht erinnere das Spritzen von Sauerstoff unter die Haut Das kam für mich nicht in Frage Darum begab ich mich zur Massagestation im Keller eines der angelegenden Gebäude Doch ergab sich es war außerhalb der Saison folgendes Bild Fünf Masseure lagerten beim Skatspiel um einen Tisch und beratschlagen wer von ihnen den lästigen Gast massieren sollte Das Los fiel auf den Blinden der mich nackt auf eine Betonschale hiefte und bei den Zehen mit seiner Arbeit begann Während er mich über die Ergebnisse des deutschen Fußball unterrichtete arbeitete er sich in der nächsten Stunde bis zu den Kopfhaaren vor Unterdessen hatten die restlichen vier Masseure ihr Spiel abgebrochen und sich um den Massagetisch versammelt den Blinden mit slowakischen Rufen anfahrend Auf dem Rücken liegend blickte ich auf die Lichtschächte der Bauarchitektur und dachte letzten Endes sind wir reine physisch den Zugriffen ausgeliefert die Seele hat hier nichts zu suchen Bilder sind Nomaden die ihre Zelte in verschiedenen Medien aufschlagen auch in Erzählungen wie diesen wie überhaupt das ganze Buch eine Sammlung von Erzählungen ist Verlassenheit gehört nun einmal zu der virtuellen Wirklichkeit mit der wir vom Kind auf überwölbt sind Danke und zu von einem